Bald sollte ich jene Blume besser kennenlernen. Sie hatte eines Tages Wurzel geschlagen aus einem Samenweißgott vorher, und der kleine Prinz hatte diesen Spross, der den anderen Sprösslingen nicht glich, sehr genau überwacht. Das konnte eine neue Art Affenbrotbaum sein. Aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen und begann eine Blüte anzusetzen. Der kleine Prinz, der der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte wohl, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen. Aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Nun ja, sie wollte gefallen. Ihre geheimnisvolle Toilette hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufgangs, hatte sie sich enthüllt. Und die, die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend, »Ach, ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch ganz zerrauft.« »Wie schön Sie sind!« »Nicht wahr,« antwortete die Blume sanft, »und ich bin zugleich mit der Sonne geboren.« Der kleine Prinz erriet wohl, daß sie nicht allzu bescheiden war, aber sie war so rührend. »Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken,« hatte sie bald hinzugefügt, »hätten Sie die Güte an mich zu denken.« Und völlig verwirrt hatte der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser geholt und die Blume bedient. So hatte sie ihn sehr bald schon mit ihrer etwas scheuen Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren vier Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt, »Sie sollen nur kommen, die Tiger mit ihren Krallen.« »Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, und die Tiger fressen auch kein Gras.« »Ich bin kein Gras,« hatte die Blume sanft geantwortet. »Verzeihen Sie mir.« »Ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hätten Sie keinen Wandschirm?« »Grauen vor Zugluft? Diese Blume ist recht schwierig.« »Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz stellen. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Das ist schlecht eingerichtet. Da, wo ich herkomme.« Aber sie hatte sich unterbrochen. Sie war in Form eines Samenkornes gekommen. Sie hatte nichts von den anderen Welten wissen können. Beschämt, sich bei einer so einfältigen Lüge ertappen zu lassen, hatte sie zwei- oder dreimal gehustet, um den Prinzen ins Unrecht zu setzen. »Der Wandschirm!« »Ich wollte ihn gerade holen, aber Sie sprachen mit mir.« Dann hatte sie sich neuerlich zu ihrem Husten gezwungen, um ihm trotzdem Gewissensbisse aufzunötigen. So hatte der kleine Prinz trotz des guten Willens seiner Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich. Er gestand mir eines Tages, man dürfe den Blumen nicht zuhören, man müsse sie anschauen und einatmen. Die Seine erfüllte zwar den ganzen Planeten mit Duft, aber er konnte seiner nicht froh werden. Diese Geschichte mit den Krallen, die ihn so gereizt hat, hätte ihn rühren sollen. Und dann vertraute er mir noch an, er hätte das damals nicht verstehen können, er hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen.